Ja, moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch die gefährlichen Schiffgebiete des Planeten Icarus. Jetzt hab ich grad mal ein bisschen aufgeräumt und geguckt hier. Wir brauchen noch verdammt viele elektrische Teile. Gold mach ich gerade, hab ich schon angeworfen. Aber uns fehlt immer noch Kupfer, ne? Wir brauchen 180, wir haben 120. Puh, für 60 Stück, ne? 10 sind 30. Ne, Quatsch, 10 sind 30 mal 6. Ja doch, 180. Ja, 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 ja. Wir brauchen viel Holz, Epoxid, hab ich schon angeschmissen. Da würde ich sagen, wir gehen nochmal wieder in Richtung Höhle, wenn wir geschlafen haben. Mitten in der Nacht hier, du. Achso, die Kohle können wir dann gleich auch hier lassen, ne? Ja. Also, die packen wir hier mit rein. Da brauchen wir die am ehesten. Das ist Titanerz, das kann auch erstmal da mit rein. Epoxid, wieso? Das packt doch mal gleich hier hin, ne? Ja, dann würde ich sagen, alles andere haben wir soweit, ne? Hier, Titan hätten wir. Also es ist wirklich nur noch die elektrischen Geräte. Und ich würde schon mal anschmeißen, was wir machen können. Dazu hatte ich hier nochmal Epoxid. Quatsch, das war Baumharz. Baumharz brauche ich nicht. Epoxid brauche ich. Dabei habe ich nochmal ein bisschen Epoxid und Harz gemacht. Wahrscheinlich brauchen wir da auch noch mehr von. Jetzt gucke ich mal, wie viel ich schon machen kann. Acht, weil uns dann Gold fehlt. Oh ja, stimmt. Da war noch was. Dann nimm doch schon mal ein bisschen Gold mit wieder. Aber wir werden auf jeden Fall noch Gold brauchen, ne? So, wie viel kann es denn jetzt? Ja, guck mal, die Hälfte haben wir schon mal. Das war schon mal gut. Da würde ich sagen, gehen wir los zur Höhle. Tukka, Tukka. Was? Wieso ist das so dunkel? Ich habe immer noch nicht gepennt. Ach, Mann. Naja, wollte ich nochmal gucken hier. Bio-Sprit. Ach, du Arzt. Wieso macht er denn jetzt? Wir brauchen mehr Baumharz. Ah, ja. Okay, wir werden wohl nicht mehr schlafen heute. Zehn Stück werden wir auch nicht weit mitkommen. Äh, Sticks. Sticks, 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 Sticks. Wir brauchen Holz. Ähm, erstmal Baumharz nicht hier, sondern hier. Ähm, haben wir hier Sticks? Nein. Haben wir hier noch Sticks? Jupp. Die geben wir alle her. So, und dann Baumharz. Mehr nicht. Jut, jut. Dann würde ich jetzt doch endlich mal pennen wollen. Ist zwar nicht mehr lange, aber drei Stunden müssen uns reichen, ne? Warum ich dann immer Escape drücke, wenn ich aus diesem Schlafmodus raus will, weiß ich auch nicht. So, hier haben wir jetzt noch die 30 schon mal. Hey, ich bin die mit. Die kannst du schon mal hier rüber packen. Das heißt, wir brauchen aber auch wieder Epoxid, ne? Epoxid brauchen wir noch wieder. Ah, jedem brauchst du so vieles, ne? Jetzt haben wir zwar Baumharz. Zack. Epoxid. Wir haben keinen gemahlenen Knochen mehr. Also malen wir mal wieder 100. Was macht er denn? Zwei Knochen. Wir haben noch genügend Knochen. So, und wenn wir wieder da sind, können wir das Epoxid anschmeißen. Das Harz wollte ich jetzt noch eben hier loswerden. Kann er noch ein bisschen was machen hier. So, dann rüber zur Höhle. Jo, ich glaube, da ein Licht können wir ausmachen. Oh, beim nächsten Mal muss ich dran denken, den Bogen zu reparieren. Äh, ja, würde ich sagen, ich hole euch wieder dabei, wenn wir in der Höhle sind. Äh, muss aber auch aufpassen hier, ne? Ah, ne, ich brauche aber den Platz, ne? Die können raus. Das kann raus. Den Rest brauche ich. Ich brauche den Platz, deswegen kann ich von dem Gejagten tatsächlich nichts mitnehmen. So, bis gleich. So, da ist die Höhle schon. Jetzt gibt es einen leichten Regenschauer. Äh, hier. Licht anmachen vergessen. Da wir neu eingeloggt sind, kriegen wir gleich auch Besuch hier. Und away. Ah, Gold können wir auch nochmal mitnehmen, wo ich es gerade hier so sehe. So. Aber wir nehmen erstmal nur das Nötigste mit, ne? Also Gold ist auf jeden Fall geil. Ich muss auch wahrscheinlich nochmal eine Höhle finden hier, ne? So, können wir hier auch in Ruhe abbauen. Ja, für die ganzen Elektroniksteile, das werden ja nicht die letzten gewesen sein, ne? Schätze ich mal. Die wir dann brauchen. Aber wir müssen ja noch diesen Bio-Generator bauen. Ach, das gibt es jetzt nicht, oder? Ich habe jetzt nicht wirklich die Scheiße ausgemacht. Oh, Junge. Jetzt sehe ich doch gar nichts. Wo bin ich denn hier? Aha. Oh Mann. Wie kann man denn so klug sein? Brauche ich denn? Sticks und Fasern. Na gut, kommt. Ein paar Fasern. Kein Problem. Haben wir. Sticks sind hier vorne. So. Zack. Fertig. Neue Fackel. So, hier Steak noch essen. Boah. Mega, was wir jetzt hier haben, ey. An Leben. Das ist ja Wahnsinn. So. Der Kollege. Jetzt respawnen die wahrscheinlich alle, ne? Schauen wir doch mal. Jo. Das Ding ist schon rausgefallen, bevor ich dem Würmer überhaupt angefallen habe. Echt? Das ist ja nicht cool. Oh. Schlecht getroffen, du. So. Ja, dann Knüppel liegen lassen. Äh. That's it? Ach so, die letzten rücken irgendwie nach vorne, habe ich mal gehört, ne? Bevor ich das verschenke. Ähm. Sauerstoff ist bald leer, ne? Wasser brauchen wir nicht auffüllen, ne? Und dann nehmen wir erstmal hier. Das ist Platin. Brauche ich jetzt nicht. Allen Platz hier gerade für Kupfer, ne? Kupfer ist ganz wichtig. Gold auch, aber ich glaube, Gold war hier eh keins mehr drin, ne? Warte mal, ich hatte noch irgendwo so einen Knubbel vergessen. Und nimm meinen Pfeil wieder mit dir. Da vorne war noch so ein Knüppelchen. Da auch. Und da war auch schon mal Titan, äh, Kupfer. Jo. Ach, Titan. Habe ich einmal liegen gelassen. Und das hier ist Kupfer. Jo. Nehmen wir auch noch mal mit. So, haben wir hier jetzt noch mehr Knubbels, die ich noch gebrauchen könnte? Oder müssen wir doch noch einen Tacken tiefer rein? Wie sieht's denn gewichtstechnisch aus? Oh, ein bisschen können wir noch mitnehmen. Muss ich ja lohnen, ne? So, mal eben gucken hier. Platin, habe ich gesagt, will ihn nicht haben. Nö. Ja, ja, ciao, ciao. Guck mal, die trocken schon raus. Ist halt auch Titan hier. Ne, Platin. Aber hier haben wir das Zeug. Hier haben wir Kupfer. Ja, was ich an Kupfer mitschleppen kann, das schleppe ich jetzt erstmal mit rüber, ne? Dass ich mal so viel Kupfer brauche, hätte ich mir auch nicht gedacht. Da oben ist noch ein Gold, ey. Da oben, das ist ja das Fiese. So. Ja, komm, nehmen wir mit. Ah, das hat man hier nicht... Ich muss mir nächstes Mal mal so eine Rampe mitnehmen, ne? Das nützt ja nichts. So ist doch auch scheiße. Hier ist ja schon meisterhafte Zielsicherheit gefragt. Ja, guck mal. Jetzt haben wir 72 Gold. Gucken wir mal noch hier in der Ecke ein bisschen Kupfer finden. Nehmen wir noch einen Tag mit. Ansonsten und Tschüss, ne? Oh, nee. Komm hier. Ja, da hinten wäre Kupfer, aber ich nehme hier das bisschen Kohle noch eben mit. So, haben wir noch Platz? Ja, das lohnt nicht mehr, noch was Neues einzupacken, ne? Nö. Beauty. Dann wollen wir mal rüber, ne? Ey. So. Zack. Hier raus. Aus dem Haus. Kein Sturm mehr. So, bis gleich. Dann schmeißen wir das Kupfer nämlich direkt hier weg. Zack, zack, zack. Jupp. So, dann können wir hier in die Kohle hier reinschmeißen. So, Titan. Naja, kann ich hier mit reinschmeißen. Ich glaube, da sind andere Titanen, jetzt hatte ich die auch schon drinne. Aber acht Titanen noch. Das sind bei fünf. Einer. So, Kupfer schmilzt. Eigentlich dumm, ne? Mach doch mal raus hier wieder. So, hier das Gold rein. Weil eigentlich ist das ja der Blödsinn, ne? Hier noch mal ein bisschen Kohle beschafft. Zack. Äh, hier. Guck mal, 84 Kohle. Die brauchen ja gar nicht so viel. Nimm erst mal zehn. So. Dann reicht der für den Ofen erst mal. Und hier dann das ganze Kupfer rein, ne? Ja, macht ja Sinn. So, hier Kupfer. Was haben wir denn hier? Eine Feldflasche. Och, was niedlich. Hier ist die Thermoskanne. Dann brauche ich Glas. Und Glas ging aus Dioxid, ne? Oh. Und Epoxid. Ja, die könnte man sogar... Aber zwölf Stahl machen, nein. Die werden jetzt nicht verschwendet, ne? So, ich würde sagen, in der Zeit, in der hier das alle brutzelt, holen wir uns Sauerstoff, Stein und Holz und jagen noch ein bisschen. Denn ich wollte das Level noch ein bisschen vollkriegen, ne? Also suchen wir erst mal eben so ein Knubbel Sauerstoff hier. Und, äh, dann gehen wir mal... Vielleicht kann ich euch ja das mit dem Rudel nochmal zeigen. Vielleicht seht ihr ja dann jetzt aber lustig, wie ich sterbe. Also, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, da sieht alles gut aus. So, hier wäre Sauerstoff. Einer. War aber mindestens zwei. Weil die Flasche muss wieder gefüllt werden. Ja, da war noch was. Aber reicht auch noch nicht. Um das Ding ganz leer zu hauen, ne? So, wie viele Pfeile? Boah, reicht erst mal, ne? Sammeln aber mal wieder ein paar Sachen. Hier war ich ja auch mal auf Kohle, äh, auf Höhlen suche. Aber wegen der Kälte habe ich mich dann erst mal nicht reingetraut, ne? So, dann habe ich gesagt, Stein. Dioxid brauchen wir auch nochmal, ne? Ähm, für Harz. Wir brauchen noch Holz, jede Menge. Und Stein. Dann nehmen wir hier mal noch ein bisschen Stein mit. 100 Minimum. Ah, ich muss ja die Hütte noch ein bisschen größer machen, ne? Oh, wir brauchen gar nicht mehr jagen. 4 in Luftspunkte, geil. Trotzdem nehme ich dich mit. Ja, hier kommen wir wieder in dieses Wolfsgebiet, ne? Ja. So. Das kann ja bestimmt noch die 100 hier in aller Ruhe voll machen, oder? So. Und dann habe ich gesagt, wann brauche ich noch? Seht ihr da? Ey, wieso bist du nicht tot? Seht ihr, hier geht richtig was, ne? Hier ist eine coole Stelle, wenn man leveln will. Ja, guck mal nicht mal einen Kratzer haben neben, ey. Ja gut, der Salat hat schon nachgelassen. Das macht aber nichts. Hier, zack, ruckzuck, vier Wölfe, bam. Viermal tausend irgendwas, äh, EPs. Und zack, schon haben wir wieder ein paar Punkte zusammennommen. Wenn man dann weiter hier reingeht, äh, da wäre wieder einer, ne? Da hinten scheint auch einer zu sein. Siehste? Sag ich ja. Also hier, kann man sich echt am besten hochlooten, ne? Ich glaube, eine Viertelstunde hier hinstellen und, äh, man hat nächsten Level. Aber ich hole mir noch den, den ich hier jetzt platt gemacht hatte, wenn ich weiß wo. Weil den habe ich ja nur ganz stark nach Bespür erwischt. Deswegen keine Ahnung wo. Irgendwo hier im Gebüsch oder was, ne? Hier, im Weizen. Das will ich jetzt nicht aufsammeln. Da ist er noch. Dann hat er jetzt im Auge gehabt. Egal. So, wann habe ich gesagt? Holz, ne? Dann holen wir aber da hinten. Ja, aber habt ihr gesehen, wie schnell man hier ein bisschen leveln kann? Sau geil. Also wenn ihr mal in der Mission seid und ihr müsst noch ein bisschen leveln, geht hier ins Eis. Könnt ihr leveln wie blöd, ne? Ist da ein Schwein da? Ne. Okay. Ach, das war, oh. Mein Gott. Wie schnell das hier geht, ne? Solange kein Bär kommt, geht's auch. Aber wehe dem, der kommt, ne? Oh, was ich gerade mal gucken wollte. Äh. Ja. Obwohl, was, wo? Wo? Die kommen schon von weit angereist hier. Aber ich will jetzt Bäume schlachten. Nicht Viecher. Ein bisschen jagen, habe ich gesagt. Eigentlich wollte ich ja nur das Level erhöhen hier. So, wenn ihr den Melon seht, schreit. Aha. Ist ja kein Livestream hier, ne? So, wann habe ich gesagt, Bäume, ne? Nehmen wir mal die hier mit. Äh. Äh, was? Wo? Mein Freund, der Bär. Hä? Hä? Okay. Der ist irgendwie falsch gefallen hier. So, dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt mit dem Kupfer und dem Gold kommen. Und bauen nochmal eben an die Hütte. Das können wir ja eigentlich auch zusammen machen. Hau dir nicht in den Fuß, ne? Das wollte nicht gut sein. Hä? 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 Wo? 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 Da. So. Habe auch ein bisschen Holz wieder mitgebracht. Warum sammle ich eigentlich Holz? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. So, die packen wir wieder raus. Wie? Oh, Gewinne. Jetzt nochmal schnell. Oh, da ist Bär. Der hat mich hoffentlich nicht gesehen, ne? Ne. Wenn hat der Pech. Ich habe jetzt keine Lust da drauf, im Gewitter mit den Bären rumzumachen. So, schön. Tschüss. Schwein ist schon schlimm genug, ne? So. Weil hier könnte jetzt auch der Blitz mich treffen, ne? Oh, 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 oh. Da wollen wir schnell weg hier. Das tut ganz schön weh, ne? Gänse. Da tut ganz schön weh, wenn einen der Blitz hier erwischt, ne? So ist nicht gut. Da, siehste. Wahnsinn. So, jetzt sind wir aber halbwegs safe. So, jetzt wollte ich mal eben gucken hier. Was können wir denn jetzt bauen? Wir brauchen davon einen. Warte, die Nägel, die kann ich schon mal rüberholen hier. So. Dann können die Nägel, wo habe ich sie denn, da rüber? So, ein Fundament, zwei Wände. Wow. Und ein Boden, ne? Das kann ich schon rüber. Jetzt haben wir schon wieder so viel Leder hier, ne? Schmeiß mal Leder hier rüber. Fell kannst du hier mit reinpacken eben. Äh, Sticks und so hier in Mörser. Sticks und Knochen in den Mörser. Jetzt hatte ich ja hier Knochenmehl gemacht. Jetzt mach mal Epoxid. Ähm, genau. Sauerstoff wollte ich noch machen. Wo habe ich das Gerät denn nun stehen? Da. So. Ähm, erstmal den raus. Darin. Zack. 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 So, das soll es ja wohl sein, ne? So, wann haben wir denn noch? Ganz viel Fleisch. Wann haben wir denn da wieder? White Meat. Job bei Birds and Boars. Brennt denn das Lagerfeuer noch? Nö, natürlich nicht, ne? Oh je. So, gib mir hier auch mal ein bisschen Kohle. Oh, ihr mächtig am Knallen, ey. So, aktivieren. Das kann so in den Komposter. Das kann rüber, das kann rüber. Und der Speck kann rüber. Ja. So, und das hier kann so rein, ne? Der Kanister ist noch lange nicht voll, ey. Gibt's doch nicht. Wahnsinn, wie lange der Kanister da so braucht, ne? So, so. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Hier ist auch noch Kohle, Ernst, ne? Wow. Ah, Kohle haben wir erstmal mitgemacht. So, elektronische Teile. Wie sieht's hier aus? Gold ist fertig. Kupfer ist noch lange nicht ready. Warum ist denn der aus? Sind doch aktiviert gehabt. Oder auch nicht. Scheiße. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Was fehlt noch? Harz. Für dieses Harz brauchen wir Epoxid für dieses Harz hier. Da. Sauerstoff und Holz. So. Holz. Wo hab ich denn ein Holz jetzt hingepackt? Hier. Ja, komm hier. Zack. Ein bisschen Holz rüber, ne? Zack. Harz. Max. 17. Weil ich nicht genug Sauerstoff hab. So, dann mal eben nach Sauerstoff gucken, hier. Wo hatte ich denn noch einen Backnubbel Sauerstoff gesehen? Ah, da hinten brennt noch ein Bäumchen. So. Wo? Was? Wie? Wieso? Weshalb? Oh, diese Sucherei, ne? Die geht mir hier finster auf den Sender. Ja. So, alles nehmen und kaputt machen hier Knochen, ja, Knochenmehl, siehst du ja. Brauchen wir ja noch immer, ne? So, Sauerstoff. So, Sauerstoff. Sauerstoff. Sauerstoffe, da hinten. Oder? Ja. Ja. So, ein bisschen was für Harz, ne? Gut, dass es hier ordentlich Oxid gibt. Und wenn du das nicht wirklich für die Dings brauchst, für die, äh, für den Sauerstoff zum Atmen, dann geht's tatsächlich sogar, ne? Na, du kannst schon mal wieder ein Stück Speck fressen, ne? Speck haben wir ja genug. Da wollen wir dann auch nicht kniebig mit sein. So. Und dann baue ich das eben ab. Dann muss ich mal eine kurze Pause machen vor ein paar Minuten. Muss mal eben Chauffeur spielen jetzt. Ach, komm, dann nehmen wir den Knubbel auch noch mit, ne? Kannst ja im Moment nicht genug von haben. So, wir müssen die Axt und den Bogen gleich noch reparieren. Machen wir alles nach der Pause. Nach der Pause ist vor der Pause, ne? So, jo, dann flitze ich noch eben nach Hause und dann gehe ich in die Pause. Auf, nach Hause, ab in die Pause. Oh, ja, ja, so mag wie das. So, können wir schon mal den Harz anschmeißen? Ja, eigentlich egal, ne? Zack, zack, zack. Harz, Max, na, machen wir mal. 40. Hergestellt. So, hier den Ofen. Kannst du, den habe ich deaktiviert. Der ist noch an, der macht noch Kupfer, alles klar. Dann bis gleich. Dann habe ich hier jetzt mal die olle Hütte abgerissen. Die hat mich ja dann doch genervt. So, dann wollen wir mal hier die Hütte vergrößern. Wow. Hier geht es aber jetzt hoch hinaus, ne? Hoffentlich passt das alle noch. So, lass mal gucken. Ach, du musst das schon nie pläunen, ne? Ja, passt drauf. Ja. Ähm, hier, zack. Y. Und die hier. Zack. Und die oben drüber. So, sehr gut. Dann kann ich mal eben hier. Das, da, ach, das, das. Das wegpacken. Die Fell hier noch rein. Das zu dem Bio-Verheizer. Da war den Stack nicht essen. Ne, ne. So, ich hatte hier noch Speck zum Anbrutzeln. So, da. Den bitte da rein. Oh. Kein Platz mehr. So, das raus. Dann das da gebritzelt. Das mal eben raus. Dann kann das Speck jetzt da rein. Danke. Dann haben wir hier noch ein bisschen was an Kohle. So. So, Fasern können hier noch rüber. Sticks können da rüber. Knochen kommen wieder hier. Oh. Guck, mein Mies. So, ich muss mal eben gucken hier, ne. Ist etwas voll geworden, das Gute. So, hier kannst du wieder. Ne, Quatsch. Hier, Harz wollten wir machen, ne. Ja, ne, hatte ich. Hatte ich. Hatte ich. Ach, komm, mach alles weg. Gut genug hier. So. Danach dann Mehl und danach Epoxid, ne. Also Knochenmehl nochmal. Und das da rein. Das Leder kann hier mit rein. Brauchen wir zwar hoffentlich nicht mehr, aber ich hätte ja gedacht, hier mit dem Tierzeugs könnte ich ja auch hier Biosprit erzeugen, ne. Aber das geht leider nicht. So, wie voll ist der jetzt hier? Immer noch nicht mal halb voll, ey. Wahnsinn. So, und der hat auch schon ein gammiges Fleisch. Aber der hat auch nicht mehr so viel, ne. Wir brauchen wieder mehr Zeugs dafür. Oh. Okay. Hier, dann haben wir den noch. Uh. Und hier, ne. Meinen Speck gebe ich nicht. Das hier will ich gleich mal ausprobieren, ne. Wenn das andere Fleisch weg ist. So, das kann da rein. Das nicht, ne. Ne. Da müssen wir doch wieder jagen, damit wir genügend, äh, Fasern. Fasern gehen auch, ne. Dann lassen wir mal Fasern sammeln hier. So, bevor das schon wieder Nacht wird hier. So, lassen wir noch mal ein bisschen Fasern. Hier. Weg. Und da müssen wir echt mal so eine Reparaturaktion durchführen. Die ganzen Werkzeuge gehen langsam aus. Auf. Aus das Messer. Ach so, und dann wollte ich gleich gucken. Genau. Dann gucken wir gleich nochmal eben nach dem Kupfer. So, lassen wir eben ganz viel hier mitnehmen. Tausend Stück oder was. Macht ja nix, ne. Wird ja sofort wiederverwertet. Ja, da muss ich nicht immer nur jagen, ey. Ein ganzes Fleisch hat gut ist. Ja, außerdem jagen, ja. Den Level Up haben wir. Da warte ich jetzt aber, bis hier wieder irgendwas kommt. Was uns sagt, hier, mach ich mal auf, du. Wie haben wir denn? 900. Ein bisschen noch, ne. So, einen noch. Dann haben wir das auch. So, dann haben wir hier unseren kleinen Anbau. So, dann mach mal, guck mal nach dem Kupfer hier. Jawohl, auch durch. Sehr gut. Hier ist aus. Dann kann hier aus. So, dann packen wir das Kupfer nochmal weg. Und was fehlt uns jetzt noch? Das Harz. Das habe ich jetzt hier gerade gemacht. Das dürfte jetzt auch schon durch sein. Sehr schön. Zack. Und jetzt müssen wir Max 13. Was fehlt uns denn dann? Epoxid. Jo, das ist okay. So. Knochenmehl haben wir ja hergestellt. Dann machen wir mal nochmal Epoxid. So, dann nochmal 100 davon. Ähm, hier. Wollte ich ja. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir nochmal hier. Nehmen wir die nochmal. Da würde ich nämlich jetzt gerne Sticks draus machen. Oh, O2. Wie sieht es denn da aus? Ah, sehr schön. So, O2. Komm du. So, den da wieder rein. Den Stack. Ich habe das vielleicht zwar erhöht, aber ist egal. Wenn gleich das Speck weg ist, ne? So. Wie sieht es denn aus hier? Epoxid fertig. Epoxid. Nochmal direkt hinterher. So, das. Dann, guck mal jetzt. 26. Und wann fehlt es dann? Gucken. Immer noch ein Epoxid. So, wird gerade gemacht. Hier, zack, zack. So. Dann wollte ich Sticks haben, damit ich Baumharz machen kann. So, Max. Boah, ist jetzt nicht das meiste. Das pack ich erstmal da rein. Epoxid nehmen wir erstmal da mit. Ich hoffe, das reicht jetzt endlich. Ja, guck mal. Dann haben wir unsere 60 elektrischen Teile auch zusammen gleich. Sehr geil. Und dann fehlt es noch ein Kupfer, ne? Oh. Ne. Noch nicht. So, wie sieht es hier aus? Das ist voll in Arbeit. Aber ja. Vielleicht haben wir es. Ah, jetzt fehlt der Baumharz. Hier fehlt immer irgendwas. Mann, Mann, Mann. So. Dann machen wir hier Sticks raus. So, Maximum. Herstellung. Maximum. Geht immer nur 100, ne? Aber das sind dann auch ewig viele Sticks, ne? Ja. 100 Stück. Ja, ne. 100 Stück sind 100 Stück. Mehr Holz habe ich hier gar nicht. So, hier. Den Scheiß brauchst du eh nicht. Die Thermoskanne. Hallo. Sie sehen, was die kostet. So. Jetzt machen wir das noch eben schnell fertig. Und dann geht es in die nächste Runde. Wunderbar. So. Das ganze Holz hier mal rübergeklatscht. Zack, 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 zack. So, Baumharz, Max, 100 erst mal. So, warte. Da war er auch schon was fertig. Das nehmen wir gleich mal mit. Dann kann er hier weiter mal loben. So, dann dürften die ja jetzt fertig sein. Äh, 30 Stück. Ja, perfekt. Dann können wir uns jetzt den hier bauen, ne? Den mit Materialverarbeiter herstellen. So. Dann gehen wir her, das Gerät. So, den stellen wir hier hinten. Nehmen den Fabrikaner. Und dann bräuchte ich da gleich nochmal Licht, ne? So, deploy das Schatzkenn mal. Ach, herrje. Ne, hier. Ganz klein ist er, ne? Ganz klein und zart hier. So, was muss hier jetzt rein? So, Verbundwerkstoff. Wie kann ich denn jetzt hier den Verbundstoff machen? Ich dachte, den macht man hier jetzt. Warte, herstelle, hä? Rasches Herstelle für verbesserten Zutaten und Rohstoffen. Ja, das will ich ja gar nicht machen hier. Ich dachte, ich kann hier die Verbundstoffe bauen. Was ist das für ein Blödsinn? Ich brauche nochmal einen Generator. Und den Biospritgenerator. Ja, machen wir alles in der nächsten Folge. Wir machen mal hier so. Nur für das Gerät haben wir jetzt hier alles gemacht, ne? Äh, so. Die Ecke da, ne? Ja, ähm. Genau. Ja, ich hoffe, die Runde heute hat euch wieder mal gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.